und leute endlich ist soweit ich habe den rp folie jetzt in der beschreibung verlinkt hallo willkommen zu einer runde kurs auf dem app fiana und leute endlich ist soweit ich habe den rp folie jetzt in der beschreibung verlinkt also könnt ihr euch den downloaden er ist ca 2,5 gigabyte groß glaube ich also müsst ihr da schon ein bisschen was downloaden glaube es sind ca so 30 rps drin das rp ist zum beispiel auch drin glaube ich hoffe ich mal wenn nicht dann könnt ihr das trotzdem downloaden ich habe es verlinkt der hat ein steinschwert für euch oder hat es noch ein eisenschwert das habe ich gerade nicht gesehen im rp ist er jetzt in der beschreibung verlinkt download link zum rp folder ist media verlinkt also ein sicherer link also könnt ihr das downloaden ohne dass ihr angst haben müsst dass ein keylocker ist oder so sorry dass ich gerade töten musste aber ist eine aufnahme das tut mir leid ok der gibt uns gerade lol ok der hat uns gerade ein bisschen hart gegeben kein werk gestaubt jawohl egal was ich noch ansprechen wollte danke für das feedback beim letzten video ich weiß es haben ein paar dislikes und so gegeben aber so ist es halt mal wenn man so ein video macht es ist klar dass da immer ein paar leute gibt die einfach disliken und das war gerade zu knapp sonst sind wir im dm gegen zwei andere leuten dann würde ich sagen wir brauchen den ein bisschen okay ich bin auch gerade nicht wirklich gut das nehme ich meine erste runde oder so oder zweite runde und so haben wir auch nice gibt noch eins wieder wir haben 7 kills ist mega nice ich würde jetzt eigentlich nicht gerne bau schwimmen er läuft weg und ich kann die ganze tits geben so leute dann würde ich sagen das war es mit der runde kurz gehen ihr könnt euch den rp folder download in der description dann würde ich sagen leider bis zum nächsten mal mal